Wir haben im letzten Darst über den sogenannten Delil al-Khalq gesprochen, den Verursacherbeweis oder Schöpfungsbeweis. Und heute wollen wir, wie versprochen, mit dem zweiten Delil weiter machen. Der zweite Delil, den haben wir genannt, der Delil der Ordnung oder des Systems. Oder wie es manche Zeitgenossen, manche zeitgenössischen Wissenschaftler nennen, der Beweis des Feintuning oder des Designs. Das sind alles verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Konzept. Der Delil oder der Beweis, das Argument der Ordnung des Systems, Feintunings, hat ja mit gewissen Werten und Konstanten zu tun. Und deswegen lasst uns diesen Delil mit einem Beispiel beginnen. Dieses Beispiel soll dir einfach nur zeigen, wie unwahrscheinlich ein Zufall sein kann, umso mehr Konstante es gibt, die aufeinander abgestimmt werden müssen oder Werte, die aufeinander oder Dinge, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Umso mehr sie zunehmen, umso unwahrscheinlicher wird die Zufallsrate oder der Treffer bei einem Zufall. In diesem Buch schlage ich euch übrigens vor. Wir werden heute einige Passagen daraus lesen. Das handelt um das Design, Feintuning und System im Universum. Zufall, Zufall, Zufall. Kein nackter Affe ist von einem Wissenschaftler geschrieben, Gracie Morrison. Ganz am Anfang dieses Buches eröffnet er das Buch mit diesem Beispiel, das ich jetzt zitiere. Nehmen wir an, du hast zehn Groschen. Zehn Münzen nummeriert von der Eins bis zur Zehn. Und du hast sie in einem Säckchen. Und du musst dich jetzt durchrühren, durchschütteln und versuchen, diese Münzen von eins bis zehn der Reihe nach rauszuziehen. Merchie? Du ziehst die Münzen von eins bis zehn der Reihe nach raus. Aber jedes Mal, wenn du eine Münze rausziehst, steckst du die alte wieder rein. Also, dass du immer zehn Münzen im Sack hast. Okay? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Nummer eins zieht? Eins zu zehn. Das ist ja noch tragbar. Diese Wahrscheinlichkeit ist noch nicht so groß. Aber er sagt weiter, die Eins und Zwei hintereinander könnten nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu hundert gezogen werden. Hintereinander. Die drei ersten Nummern unmittelbar aufeinander zu ziehen, wäre nur in einem von 1.000 Fällen möglich. Und die Wahrscheinlichkeit, vier aufeinander folgende Nummern zu ziehen, betrüge nur noch eins zu zehntausend bei ihm. Und er sagt dann weiter, diese Reihe würde sich entsprechend weiter steigern. Und die Wahrscheinlichkeit, alle zehn Nummern hintereinander aus dieser Tasche zu ziehen, die würde sinken auf ein Verhältnis von eins zu zehn Milliarden sinken auf ein Verhältnis von eins zu zehn Milliarden. Eins zu zehn Milliarden. Das nur bei zehn Ziffern. Und dieses Beispiel zeigt uns, was für ein ungeheures Ausmaß bei wachsenden Voraussetzungen die Wahrscheinlichkeit annehmen kann. Der Beweis der Perfektion, der Beweis des präzisen Schaffens, der Beweis der Ordnung des Systems, sagt Folgendes aus. Also erstmal, wir fassen das wieder kurz zusammen in einigen Sätzen. Eine kurz gefasste Version davon. Dann schauen wir uns die einzelnen Prämissen nochmal an. Wir haben auch hier wieder zwei Prämissen wie in dem letzten Delil. Da zitiere ich wieder aus einem Buch, das nennt sich Gottesbeweise. Er sagt, oder nee, Abwand, das ist auch aus diesem Buch hier. Er sagt, da würde das Entstehen und den Fortbestand des Lebens auf unserer Erde so viele wesentliche Bedingungen notwendig sind, ist es mathematisch gesehen unmöglich, dass sie allesamt irgendwann und irgendwo durch Zufall im richtigen Verhältnis zueinander vorhanden sein konnten. Deshalb muss es in der Natur irgendeine Art von geistiger Lenkung geben. Manche nennen es auch Intelligenz, geistiger Intelligenz. Aber wir beschreiben Allah Ta'ala nicht mit dieser Eigenschaft Intelligenz, intelligentes Wesen. Das ist keine Eigenschaft Allah Ta'ala, aber man nutzt es einfach nur, um den Vorgang zu beschreiben. Die Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala sind nach der Ahl-Sunnah, nämlich Tauqifi. Was heißt Tauqifi? Was bedeutet das? Das heißt, die Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala sind nur beschränkt auf das, was überliefert worden ist. Das heißt, selbst Synonyme dürfen wir nicht nutzen als Namen Allah Ta'ala oder als Eigenschaften. Zur Erklärung aber ja. Zur Erklärung dürfen wir, ich nenne es mal Fremdbegriffe nutzen. Ich meine mit Fremdbegriffen, jene Begriffe, die so in ihrer Art nicht im Koran der Sunnah aufgetaucht sind. Bei jedenfalls zusammengefasste Darstellung dieses Delils habe ich eben vorgelesen. Dann kommen wir auf die zwei Prämissen, auf die dieser Delil ebenfalls basiert und dann die Konklusion. Die erste Prämisse ist ja die, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir eine gewisse Feinabstimmung sehen können. Wir können in dem Universum und in den Lebewesen um uns herum eine Form der Schönheit sehen. Wir sehen Schönheit. Wir sehen System und Ordnung um uns herum. Und das ist die erste Prämisse. Also, dass das besteht. Und das stellen wir auf zweierlei Wegen fest. Einmal durch die unmittelbare Beobachtung eines jeden vernunftbegabten Menschens. Jeder, der eine gewisse Vernunft hat, erkennt das. Dass um uns herum eben eine Form von, wir sehen, ich nenne es mal jetzt nur in Anführungsstrichen Werk. Wir sehen ein präzises Werk. Und das sehen wir, wie gesagt, auf zwei Wegen. Einmal diese unmittelbare Beobachtung und einmal durch gewisse empirische, wissenschaftlich belegte Fakten. Zu diesen unmittelbaren Beobachtungen sagt Al-Khattabi. Al-Khattabi ist ein Hadith-Wissenschaftler und Faqih, der im Jahr 388 nach der Hijra gestorben ist. Er sagt zu diesem Delil, oder er prägt ein Beispiel. Er sagt, wenn du die Welt mit deinem Auge inspizierst und mit deinen Gedanken betrachtest, wirst du sie wie ein Haus vorfinden. Ein fertig gebautes Haus, in dem alles erhältlich ist, das der Bewohner zum Leben benötigt. Der Himmel ist wie das Dach, die Erde wie sein Fußbodenbelag. Die Sterne sind die Lichter, die Edelsteine sind vorgespeicherter Vorrat. Die Pflanzen eignen sich als Kost und Kleidung. Die Tiere sind als Fahrmittel und für andere Dienste des Menschen tätig. Der Mensch ist wie der König. Er ist wie der König, dem dieses Haus gehört und alles, was sich in ihm befindet. Und dann sagt er, all dies spricht deutlich dafür, dass diese Welt geschaffen ist, geplant und einem System unterliegt. Dann gibt es, wie gesagt, die zweite Kategorie wären dann wissenschaftliche, empirisch belegte Fakten und Erkenntnisse. Und deswegen sagt dieser Physiker, den ich auch letztens schon zitiert hatte, Paul Davies, er sagt, selbst die atheistischen Wissenschaftler, welche nur einen winzigen Teil dieses Universums ausmachen, singen Lobeslieder über die Großartigkeit, den Einklang und die Eleganz des Universums. Das heißt, auch sie gestehen ein, dass es hier, es ist nicht einfach ein planloser Haufen von Materie. Selbst sie akzeptieren, dass man ein gewisses Design oder Planung in dem Universum sehen kann. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Stellen aus diesem Buch vor. Ich empfehle euch, das zu kaufen, ist günstig. Es wird nicht mehr gedruckt, man findet es nur noch gebraucht. Bekommt es für drei, vier Euro auf Amazon. So, ich zeige euch an einigen Stellen, die eben für diese Form von System handeln. Er sagt hier, auf der Seite 23, er sagt, die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse, sodass sie für ihren größten Umfang am Äquator eine Geschwindigkeit von 1600 Kilometern in der Stunde hat. Wenn sie sich aber nur mit 160 Kilometern Geschwindigkeit drehen würde, dann wären unsere Tage und Nächte zehnmal so lang wie jetzt. Die heiße Sommersonne würde an solch einem langen Tag die ganze Vegetation verbrennen und in der langen Nacht würde jeder Spross erfrieren. Dann spricht er über die Sonne. Er sagt, die Sonne, die Quelle allen Lebens, hat eine Oberflächentemperatur von fast 6000 Grad Celsius. Und unsere Erde ist gerade weit genug von ihr entfernt, dass dieses ewige Feuer uns ausreichend nicht zu viel und nicht zu wenig erwärmt. Es ist wunderbar beständig und hat sich im Laufe von Millionen Jahren so wenig verändert, dass das Leben, so wie wir es kennen, überleben konnte. Dann spricht er über die Durchschnittstemperatur auf der Erde. Er sagt, wenn die Durchschnittstemperatur auf der Erde sich nur in einem einzigen Jahr um 25 Grad ändert, wäre alle Vegetation, alles Leben erstorben und damit der Mensch entweder verbrannt oder erfroren. Dann spricht er über die Geschwindigkeit der Erde. Er sagt, die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28 Kilometern in der Sekunde um die Sonne. Er sagt hier, die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28 Kilometern in der Sekunde um die Sonne. Würde diese Geschwindigkeit vielleicht ein Drittel oder umgekehrt das Doppelte betragen, so wären wir zu nah an der Sonne oder zu weit von ihr entfernt, als dass unsere Art von Leben existieren könnte. Die Erdachse ist in einem Winkel von 23 Grad zur Ebene ihrer Bahn geneigt. Diese Neigung ist die Ursache unserer Jahreszeiten. Ohne sie wären die Pole in einem ewigen Dämmerlicht. Das verdunstende Wasser der Meere würde nach Norden und Süden zu den Polen ziehen und dort ganze Kontinente aus Eis aufbauen. Zwischen dem Äquator und den Eisregionen würde sich wahrscheinlich eine wasserarme Wüste ausbreiten, durch die das Gletscherwasser sich schluchten, graben und in das salzbedeckte Bett der früheren Meere brausen würde, um dort zeitweilig Salzseen zu bilden. Das Gewicht der unvorstellbaren Eismassen würde die Pole eindrücken, sodass die Erde sich am Äquator ausbauchen und womöglich bersten würde. Durch die Verdunstung der Meere würden weite neue Landstriche entstehen und die Regenfälle in allen Gebieten mit verhängnisvollen Folgen vermindert werden. Dann spricht er über den Mond. Er sagt, der Mond ist etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt und die zweimal täglich wechselnden Gezeiten der Erbenflut sind eine gewöhnlich sanfte Erinnerung an seine Gegenwart. An manchen Orten steigt die Flut bis zu 20 Metern an und sogar die anscheinend so starre Erdkruste wird durch die Anziehungskraft des Mondes zweimal täglich um mehrere Zoll nach außen gebogen. Wir sind daran so gewöhnt, dass wir uns keinerlei Rechenschaft ablegen über die ungeheure Kraft, die die Fläche des Ozeans mehrere Meter hochhebt und die so stabil erscheinende Erdoberfläche krümmt. Wäre der Mond statt seiner beachtlichen Distanz vielleicht nur 80.000 Kilometer entfernt, würden unsere Gezeiten ein ungeheures Ausmaß annehmen. Das Flachland aller Kontinente würde zweimal am Tag von einer so gewaltigen Wasserflut überströmen, dass bald sogar die Berge fortgeschwemmt wären und sich wahrscheinlich erst gar kein Kontinent aus der Tiefe hätte erheben können. Der Fest genug gewesen wäre, um heute noch zu bestehen. Die Erde würde in allen Fugen krachen und die Luftströmungen würden täglich zu furchtbaren Stürmen anschwellen. Dann spricht er über die Gase. Das ist auch sehr interessant. Die Gase, die wir atmen. Er sagt, die Atmosphäre der Erde besteht aus etwa 28 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff und dem Rest, der sich aus Edelgasen, Wasserdampf und dreihundertstel Prozent Kohlensäure zusammensitzt. Der Sauerstoff ist der Lebensatem aller Landtiere, kann aber zu diesem Zweck einzig aus der Atmosphäre entnommen werden. Würde der Sauerstoff der freien Luft irgendwie aufgesaugt, dann müsste alles tierische Leben aufhören. Dann spricht er über diese Wechselwirkung und die feine Abstimmung zwischen mehreren Dingen, die mit dem Sauerstoff zu tun haben. Er sagt, die eigenartige Wechselbeziehung zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff und ihre Bedeutung für das Leben der Tiere und die ganze Pflanzenwelt ist längst bekannt. Dennoch wird die eigentliche Wichtigkeit der Kohlensäure nicht allgemein verstanden. Es ist ein schwerfälliges Gas, das sich glücklicherweise immer nahe an der Erde aufhält. Es lässt sich nur schwer in seine Bestandteile Sauerstoff und Kohlenstoff aufspalten, also die Kohlensäure. Der Mensch atmet Sauerstoff in die Lungen ein, wo er vom Blut aufgenommen und durch den ganzen Körper verteilt wird. Dieser Sauerstoff verbrennt die Nahrung in jeder Zelle sehr langsam und bei verhältnismäßig niedriger Temperatur. Dabei entstehen Kohlensäure und Wasserdampf. Die Kohlensäure wird wieder an die Lunge abgegeben. Da sie nur in kleinen Mengen in der Atemluft vorhanden sein darf, reizt sie die Lungen an, sie rasch wieder auszuatmen. Alles tierische Leben nimmt auf diese Weise Sauerstoff auf und gibt Kohlensäure ab. Daneben hat der Sauerstoff noch weitere lebenswichtige Aufgaben, denn er wirkt auf andere Elemente im Blut und auch anderswo im Körper ein und erhält so den Fortgang des Lebensprozesses. Die Gegenseite jetzt, die pflanzliche Welt sozusagen. Er sagt, alles pflanzliche Leben aber hängt wie allgemein bekannt von der fast unendlich kleinen Mengen Kohlensäure in der Luft ab, die es sozusagen einatmet. Um diese komplizierte, photosynthetische, chemische Reaktion auf die einfachste Weise zu erklären, könnte man sagen, dass die Blätter der Bäume Lungen sind und die Fähigkeit haben, mit Hilfe des Sonnenlichts die widerspenstige Kohlensäure in Kohlenstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Mit anderen Worten, der Sauerstoff wird freigegeben, während der Kohlenstoff zurückgehalten wird und sich mit dem Wasser, das die Pflanze durch ihre Wurzeln aus dem Boden zieht, verbindet. Durch ihre Zauberchemie stellt die Natur aus diesen Elementen Zucker, Zellulose und zahlreiche andere Substanzen her, mit deren Hilfe sie Blüten und Früchte hervorbringt. So ernährt sich die Pflanze selbst und erzeugt dabei genügend Nahrung, um den Hunger aller Tiere auf der Erde zu stillen. Gleichzeitig gibt sie den Sauerstoff frei, den wir atmen und ohne den das Leben in fünf Minuten zu Ende wäre. Man sagt ja auch, der Stickstoff, ein träges oder wenigstens teilweise träges Gas, ist von größter Bedeutung. Er verdünnt den Sauerstoff, der Luft, in genau dem Verhältnis, wie es für Mensch und Tier am zuträglichsten ist. Wie das beim Sauerstoff der Fall ist, gibt es auch wieder zu viel, noch zu wenig Stickstoff. Wäre der Stickstoff in wesentlich größerer oder kleinerer Menge vorhanden, so könnte der Mensch in dieser Daseinsform nicht existieren. Die zweite Prämisse habe ich ja gesagt. Also die erste Prämisse kann man erkennen einfach durch, also dieses Feintuning, Feinabstimmung. Die kann man erkennen durch Beobachtung und durch empirisch wissenschaftlich belegte Fakten. Die zweite Prämisse ist aus den instinktiven Grunderkenntnissen des Menschen gewusst. Instinktive Grunderkenntnisse, damit meine ich sowas wie das Ursache-Wirkungs-Prinzip, also etwas, was man einfach weiß, was nicht unbedingt angelernt werden muss. Präzision und Genauigkeit bzw. Systeme basieren immer auf Wirken, basieren immer auf Wirken einer bedacht handelnden Person oder eines Wesens. Und auf diesen Beweis als Ganzes lenkt Allah Ta'ala an einigen Stellen des Korans die Aufmerksamkeit des Menschen. Zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'ala Haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Allah Ta'ala darin erschaffen hat und dass ihre Frist vielleicht nahe gerückt ist. Und Allah Ta'ala sagt Schauen sie denn nicht zum Himmel über ihnen, wie wir ihn geschaffen haben und geschmückt haben und dass er keine Spalten hat. Und dann sagt er weiter Die Erde haben wir gedehnt. Was ist mit der Dehnung eigentlich gemeint? Wir haben die Erde gedehnt. Wird auch als Bast im Koran bezeichnet. Das kann nicht gemeint sein. Denn danach sagt er Und darauf haben wir feste Berge gegründet. Aus denen ist einfach gemeint, dass sie weitflächig geschaffen ist. Nicht zu eng ist für die Menschen. Damit ist nicht gemeint, dass sie flach ist. Kann das sein? Übrigens interessanterweise in Bezug auf die Form der Erde in Bezug auf die Form der Erde, ob sie nun eine flache Scheibe ist oder eine Kugel. Es gibt darin einen Konsens. Einen Konsens der Muslime, dass die Erde rund ist, nicht flach. Also darin gab es keine zwei Auffassungen unter ihnen. Und das hat bereits Ibn Hazm erwähnt, diesen Konsens. Ibn Hazm, habe ich ja gesagt, ist im Jahr 456 nach der Hijra gestorben. 456 nach der Hijra. Gut. Allah Ta'ala sagt danach, zur Einsicht, ach so, davor. Und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen. Zur Einsicht und Ermahnung für jeden reugen Diener. Ja. Und Allah Ta'ala sagt, Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Dann sagt Allah Ta'ala Es ist das Werk Allahs, der alles genauestens präzise geschaffen hat. Diesen Vers nutzen einige Zeitgenossen. als ein Beweis dafür, dass die Erde sich dreht. Oder bewegt. Nicht dreht unbedingt, aber bewegt. Weil Allah Ta'ala sagt hier, Und du meinst, die Berge seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Einige deuten das für die Bewegung der Erde. Gut. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler, Michael Behe heißt er, Biochemiker. Er ist einer der Ersten, der diesen Begriff benutzt hat. Nicht reduzierbare Komplexität. Das geht auch in die Richtung System- und Ordnungsbeweis. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Und darin hat er ein anschauliches Beispiel für nicht reduzierbare Komplexität gegeben. Er will damit aussagen, Kernaussage ist, dass wenn man nur ein einziges, ein einziges Komponent, eine einzige Komponente eines komplexen Systems wegnimmt, fällt es in sich zusammen. Ist nicht mehr tauglich zu arbeiten. Und dafür hat er ein Beispiel mit der Mausefalle gegeben. Das ist nämlich nicht wirklich sehr komplex, aber es ist auch ein komplexes System, weil da mehrere Dinge miteinander arbeiten müssen, damit es funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel eine Mausefalle. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dann haben wir diesen Untergrund. Dann haben wir einen Sicherungsbügel, die Feder, den Schlagbügel und die Köderklappe. Wenn du eines davon wegnimmst, nur eine einzige Sache, wird die Mausefalle nicht mehr funktionieren. Richtig? Und so ist es auch mit dem Universum. Die verschiedenen Konstanten, diese Abstimmungen, Einstellungen, müssen alle zusammenarbeiten. Er hat das als Beispiel, sein ganzes Buch basiert auf die Zelle. Er hat über die Zelle gesprochen, wie zig verschiedene Systeme sozusagen innerhalb einer Zelle arbeiten. Und er wollte damit zum Schluss, zu diesem Ergebnis kommen, dass das nicht durch Entwicklungen, passieren konnte. Nehmen wir mal an, diese Mausefalle müsste sich entwickeln. Ja? Diese Mausefalle müsste sich erst mal entwickeln, Schritt für Schritt durch. Nur mal so jetzt. Evolution. Wäre das möglich? Es ist nicht möglich, weil die Mausefalle hätte nie funktionieren können, wenn nicht schon alles von Anfang an da gewesen wäre. Alle einzelnen Bestandteile. Er ist halt zu dem Schluss gekommen, dass es mit der Zelle genauso ist. Und deswegen hat er eine Evolution hinsichtlich der Zelle oder des Lebens ausgeschlossen. Sie meinen aber natürlich, es gibt zwei Formen der Evolution, die Mikro- und die Makro-Evolution. Mikro- und Makro-Evolution. Mit dem einen ist gemeint, leichte Veränderungen. Leichte Veränderungen innerhalb eines Lebens. Das ist natürlich etwas, was wir sehen können. Das wird auch nicht ausgeschlossen. Mit dem anderen ist aber gemeint, mit der großen Evolution, dass aus einem Lebewesen ein ganz anderes Leben Lebewesen wird. Und das ist die Stelle, die er ausgeschlossen hat. Die Sache, die er ausgeschlossen hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.